Kennen Sie das? Langes und mühsames Warten vor der Waschstraße. Das kostet Nerven, es kostet Geld und davon Jahr für Jahr mehr. Dabei sind die Waschergebnisse meist nicht so, wie Sie es sich wünschen. Denn aggressive Reiniger und grobe Bürsten beschädigen langsam aber sicher den Lack. Und gegen Schmutz an den Felden oder schwer zugängliche Stellen kann auch die modernste Waschstraße wenig ausrichten. Ganz abgesehen von den typischen Wasserflecken, die Sie erst wieder von Hand nacharbeiten müssen. Es wird Zeit, dass Sie sich und Ihrem Auto mehr gönnen für perfekten Werterhalt und Fahrspaß. Jetzt gibt es die Lösung, die Sie völlig unabhängig von teuren Waschstraßen macht und Ihnen perfekten Glanz und Langzeitschutz für Ihren fahrbaren Untersatz garantiert. Wir präsentieren Ihnen Platinum Ultimate Care. Das millionenfach bewährte, hochwirksame Komplettreinigungs- und Protektsystem. Jetzt neu mit der Formel des dritten Jahrtausends. Lackoberflächen haben mikroskopisch kleine Unebenheiten, in denen sich der Schmutz festsetzt. Platinum Ultimate löst diesen Schmutz effektiv, schließt ihn ein und beseitigt ihn, ohne den Lack zu zerkratzen. Gleichzeitig verschließt das neue Platinum Ultimate die Mikroporen im Lack, sodass sich neuer Schmutz erst gar nicht wieder ansetzen kann. Auch Wasser perlt einfach ab, die rund um Autopflege, die bereits Millionen von zufriedenen Kunden begeistert hat. Denn mit der neuen, verbesserten Formel reinigt, pflegt, poliert und schützt Platinum Ihren fahrbaren Untersatz auf beeindruckende Art und Weise.